hallo wie legend und herzlich willkommen zu der nächsten runde nein ich bin ja keine runde ich spiel mit der folge together network mein gott und ich bin der alex ja du bist der pixel genau und ich habe ganz ganz viel hunger und ich esse jetzt schon wie fleisch ich mach dich noch ganz leicht ein bisschen leiser weil ich hab dich schon leite und was das ist eigentlich gehen warte ich mach dich noch ein bisschen leiser das ist kohle kohle denn so aus alte dauer das lange ist unter wasser abzubauen wo bist du überhaupt war ein wunderschönen haus ich muss das dach bauen wo bist du da hier drüben bei deinem wunderschönen haus ich wusste ein eingang hier ich habe jetzt den stall vergrößert und da ist wieder was gewachsen sollte man vielleicht auch schon etwas raus und ah ja ich kann dir wolle geben dass das sehr gut da ich wusste dass sie eine pyramide gibt aber ich bin es gibt eine pyramide woher der ben hatte sie schon ausgaben haben sie schon ausgeräumt aber ich will diesen sandstein ich kann damit also ich liebe das damit zurückzubauen okay ich bin ich gleich hin und ich bin ich die vierwolle hättest du denn da hast du essen machen ich habe ganz viel zonig fleisch warte ich gebe dir mal was gescheites bleibt mal da dankeschön dann mache ich dir schnell was im bett damit wir gleich schlafen können ach guck mal da ist ein schwein darf ich das töten das läuft dir einfach so drinnen rum ja das kannst du töten hauptsache du tötest nichts was in einem stall ist dann könnte ich wütend werden so jetzt fahr ich bin mir schnell ob er im bett hat ich guck mal so was du so hast du in dem chest wo wohnt er denn wo wohnt er oder hast du nicht einfach ein bisschen wolle für mich ja ich habe dich wart hier dankeschön ich setze das gerade in mein haus rein okay ja dann liegen uns schnell alle schlafen alter denn das hat was richtig fett laut ich weiß ich kann nichts dafür jetzt bleibt und das ist hier offen und scheiße aber ich kann jetzt bestimmt nicht schlafen gehen weil er dies kack ist ich helfe dir mal schnell ich komm mal schnell rüber nein was willst du gestern okay ich bin im bett ich schlafe ich schau mal schnell wie weit wenn ich mal sonst langweilig ja ich guck grad wo ist mega zugrunde ben legt dich ins bied wort du überhaupt dein ab mal sieht über was dafür scheint sorgt sich d nächte lang kann und wollte spinnen töten bis an dieser um der gibt sauerung Lass mal gleich zu der Pyramide gehen. Ja, wenn alle im Bett, wenn wir Tag haben. Ja, klar sind hier Monster. Alter, was will denn dieses behinderte Teil? Es geht aus sterben. Du scheiß Zombie, nein. Nein. Der stirbt einfach. Guck mal, wo kommt der denn her? Der soll ins Bett. Schreib ihm das mal. Sandmännchen war schon hier. Wenn der... Ich kann ihm Wolle. Raus. Wolle. Raus die Wolle. Hä? Oh, das sieht aus, als wäre mein Internet abgekackt. Jo, ähm, wir sehen uns dann gleich wieder, wenn das Internet wieder da ist. Bis gleich. Boah, da sind wir wieder. Hä, hä, kompaktent wie immer stürzt mein Internet ab. Dank der Telekom. Cooler Telekom. Ihr schlaft ja immer noch nicht. Ja, ne, der geht irgendwie nicht pennen. Der soll pennen gehen. Habe ich dem auch schon wenigstens mit meinem Chat geschrieben. Hm. Hm. So. Ich weiß nicht, was die Telekom jetzt plötzlich hat, dass wir die ganze... Som die Hand habe nicht mehr und spinnen. Ah, gut, er ist. Schnell ins Bett. Bevor er wieder aufsteht. Oh, Gott, mein Haus ist weit weg. Nein! Lass er mir nichts von mir! Oh, Gott. 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 Was los. Was los. Nix ist los. So, jetzt verpisse ich mich in meinen Keller. Mach hier zu. Oh, scheiße, ich sehe so nichts. Nein! Nein! Scheiß, ich seh nichts. Kacke, ich seh gar nichts. Nein! Au, da ist ein Arme. Jetzt leg dich ins Bett. Ja, ich kann hier nichts sehen und ich weiß nicht, wo's rausgeht. Mein Gott, ich komm ja schon. Nein, nein, warte, ich mach mir einfach eine Kacke. Bist du erst im Bett? Ups. Äh, ja, jetzt bin ich im Bett. Hör jetzt kann ich nicht mehr schlafen, weil's Monster in der DDR sind. Wo, 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 wo. Nein, da sind immer noch Monster. Ja, ich muss erst die Monster trocken. Ja, deshalb habe ich mein Bett im Keller gemacht. Ich bin ja sozusagen im zukünftigen Keller. Äh, ich wollte mir ein Schwert machen, damit ich die killen kann. Ach, komm schon. Mein Gott, hier. Hier sind doch keine Monster. Ah, da ist es. Du Scheiß. Ja, da ist so ein Scheiß-Zombie. Ey, bei meinem Video von Halloween. Dieses eine, ich hab Angst vor der. Dieses eine Mädchen, was er kommentiert hat. Sophia. Die ist ein bisschen behindert. Ja, meine Freundin hat es auch Sophia, aber das ist nicht meine Freundin. Ach so. Ich hab Angst. Du Scheißvieh, sterb endlich. Alter, das ist falsch bei dir. Ja, jetzt kommt schon wieder ein Zombie, das ist so krass. Hey, ich weiß jetzt nicht, ob der es zu dir oder zu mir geschrieben hat, ne? Aber die hat da noch geschrieben, ich hab's nur gut gesehen bei E-Mails, ähm, als Kommentar. Vielleicht hat sie auch zu dir geantwortet, weil du ja irgendwas meintest, äh, bla bla bla, mit bestimmten Filmen näher kommen und so. Ja. Ich weiß nicht, ob's jetzt an dich war oder einfach nochmal als normaler Kommentar. Ich kann's hier nicht sehen. Du bist so knuffig, ich schreib die Sprecher mal an. Oh Gott. Ne, ne, das mach ich schon. Jetzt schläg dich deine Freundin wieder, weil du andere Mädchen anbaggerst. Nein, nein, die schreibt mich ja an. Das hat sie ja geschrieben. Ja, wenn sie auf mich geantwortet hat, dann schreib ich zurück. Äh. Und da ich keine Freundin hab, kann ich antworten, was ich will. Nein, nein, ich glaub, sie hat auf... Ne, sie hat auf meinen Kommentar, aber du kannst sie ja trotzdem mal anschreiben. Alter, jetzt beeil dich, Mann. Ich leg jetzt hier die ganze Zeit im Bett und das hat ein bisschen weiter. Ja, Entschuldigung, hier kommen die ganze Zeit neue Zombies. Willst du zu mir kommen, weil mir kann man schön schlafen. So, jetzt ist eh Tag. Ernsthaft? Ja. Oh Gott. Du lachst einfach eine komplette Nachte, Mann. Es geht dieser scheiß Block hier nicht kaputt. Wie kann das denn dauernd so einen Block kaputt machen? Alter. Weiße. Oh Leute. Mhm, mhm. So. Zum, bis töten, zum, bis töten, zum, bis töten, zum, bis töten. Yay. Bis töten. So, wie oft will mein Schwert jetzt noch kaputt gehen? Oh, ich wurde ja gerade gefragt, ob ich einen String hab. Äh, mir ist auch gefallen, ich hab sieben String im Inventar, aber wusste ich nicht. Egal. Wer will sich bloß einen Bogen machen und uns killen? Ich war mir jetzt einen Bogen. Und dann mach ich mir einen Sniper-Turm auf unser Haus drauf. Ich sollte ich, ich geh gleich Wut-Mut-Farmen, damit ich mal nicht das Dach fertig bauen kann. Irgendwie sieht euer Haus mit meinem Texture-Pack ein bisschen komisch aus. Ich hab, welches hast du denn? Dragon Bands. Hab ich auch. Das da zwei verschiedene Holzorten sind. Das ist mit Absicht. Ich hab vor allem ein Mikrofon geschlagen, tut mir leid. Ich muss mal den hiesligen Baum da entfernen. Das hier, das Holz ist falsch, aber das hab ich nur hinter dem Gebaut, damit keine Monster reinkommen. So, jetzt hab ich schon wieder drei Läger. Und ich, ich hatte keine anderen Zähne. Ich hab gestern ein bisschen gefarmt. Ich hab vor lang nicht mehr gespürt. So, jetzt alles hier raus und dann nehm ich mir die Stone Eggs und die kommen dafür rein. Und jetzt, 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 oh, ich muss essen. Was hol ich mir denn jetzt mal? Ich wollte mal auf Formel-Tur, aber davor, ich hab neun Eisen. So, weißt du was? Ich hab eine Chain Chest Blade, ne? Wow. Von einem Zombie. Oh. Okay, ich muss ganz, 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 ganz kurz was pausieren, ja? Ja. Denke ich. Ja, also, also, äh, ja, das wird nicht lange dauern. Tschüss. Und schon ist der Alex weg. Da ist wohl seine Mutter drin und ich versuche das jetzt mal überreden. Äh, ja, hä, hä, geil. Das war ja, Alex. Ja. Sehr interessant. Ja, 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 ja. Ja. Da müsste ich jetzt reden, weil ich jetzt sogar auslieb muss. Ja, 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 mhm, ich meine mich auch, ja. Mhm, 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 mhm. Ja, okay. Müsst du gleich bloß überreden, dass da irgendjemand in deinem Zimmer war? Ja. 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 Ach so, das ist jetzt auf deine Aufnahme drauf, ne? Cool. Cool, cool. Super. Ach, deine Eltern gehen krass weg. Ach, dein Eltern gehen krass weg. Hey, Eh, was zu langen! Mach die Tür jetzt zu! Alter! Das waren wohl deine Eltern? Ja, ich mach' jetzt weiter. So, meine vorne, wir sind wieder da, ähm, und ich geh jetzt rotfarmen. das habe ich gestern von gemacht ich nicht ich weiß noch nicht wenn ich das brauche ich glaube ich das gut dann mache ich mir mal ein paar leidern du bist gerade ein bisschen am arsch dein audio nein sag nicht hier gibt es nur noch die bäume von birchwood die spawn protection haben nein doch wenn es viele ich denke schon mein audi jetzt wieder besser ja ich war wahrscheinlich so nah dran das tut mir leid passiert mir noch manchmal und dann haben wir ein bisschen gut ich mal ein bisschen ein stack haben und dann perfekt habe ich 36 leitern das dürfte ein bisschen reichen hier habe ich fackeln dabei ja habe ich ich hätte sonst noch drei fackeln für dich was machst du denn jetzt ich glaube nicht runter gerade in den boden so schön ja ich werde die falle bei den laba ja ob wir das hier raus machen hier und weil ich glaube dass ich den laba fall tue ich alles weg was ich noch brauche dann muss ich hier immer mal wieder so eine fackel reinsetzen ich habe letztens bei einer aufnahme von jannik gesehen wo ich dabei war die habe ich nicht mehr aber bei ihnen habe ich mich total übersteuert angehört also richtig hä ist jetzt eigentlich aufnahme pflicht weil da wurde ja darüber diskutiert nein keine aufnahme pflicht hä aber das ist doch eigentlich dein kacke weil stell dir vor du machst dann richtig viel und dann nimmst du wieder auf und boom alles neu ja irgendwie schon aber du nimmst gerade auch oder ja also ich nehme eh immer auf wenn ich auf dem server bin ja ich habe gestern mal so ein bisschen was nicht aufgenommen vom farm aber ja das ist ja nicht so schlimm das ist ja nicht so spannend außer man hat irgendwie was zum nachkommentieren und macht das dann ein bisschen schneller oder macht es einfach nur schneller und ich weiß nicht mehr da muss ich hoffe ich habe ich bin jetzt auf höhe 40 fps genau ja auf höhe 40 fps da hab ich gehört 37 oh jetzt fällt mein hund da rum ey oh höhle oh schlucht ja nein egal ich war schon mal in der schlucht irgendwie fett jetzt können sich michi und dass die wieder aufregen dass ich immer schlüchte finde schlüchte schluchten schluchten entschuldigung ich nix ich nix gut in deutsch genau ich komme gleich in deine schlucht und klaue da alles was da unten ist ne das ist meine schlucht ok dann suche ich mir auch an die schlucht ah ich sehe deinen namen ich könnte ich sehe doch nicht deinen namen ich habe keine blöde aber ich glaube doch 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 du sneaks nur gerade oh war sehr schwer zu erraten dass ich es nicht bin ich muss hier irgendwie runter kommen ohne zu sterben so ich habe eine richtig geile idee für das haus was ich jetzt bauen werde aber man denkt so das ist ein normales haus aber das ist unterirdisch richtig fett und so ich habe so gerne idee na ich will so ein mittelalter steel house bauen wenn ich irgendwie mittelalter mache also bei minecraft bauen jetzt so selbst finde ich nicht so toll jetzt habe ich dieses krack ok das ist aber auch rot das kann ich mir hier holen ich bin so doof ich hole mir gerade einfach auch gut um das mit auch gut auch wirklich zu bauen und dann mache ich das gerade zu planks ja läuft bei dir ich hoffe die kann ich aber gleich nochmal verwenden irgendwie baue ich gerade da kompletten scheißdreck aber jetzt brauche ich erstmal die kohle ab ich habe kein einziges holz dabei das war nicht so schlau so jetzt aber weil wisst ihr was ich jetzt mache ich mache da einfach leitern runter so alter ich bin zu doof um diese leiter hoch zu geben so nein ouch so mache ich es jetzt und da und da und da und da und da und übrigens auch noch hier und dort und da genau eigentlich wollte ah kai oh nein ui ui in der reaktion fallen sehr unterschiedlich aus was macht der denn da steht einfach nur rum im Haus macht nichts wer kai ja denn der ist ja auch gerade erst gekommen ja aber der kann ja was machen der hat sich noch nicht bewegt seit er hier drauf ist ah ok der ist dann lang geworden das zu schreiben ja hast du sein perfekt englisch auf seinem neuen kanal gehört ja das geht auch noch voll ja geht schon aber bisschen witzig fand ich schon ich glaube er war mal auf einer englischsprachigen schule echt meinte er neulich warte ich aber hatte ich irgendwie nicht so ganz so angehört oder oder ich bin so sehr beeinflusst von amerika aber so soll er den mal in die confi rein machen ähm sagt er solle erst den nico erst soll er sein nico anschließen ich hab keinen bock dass er wieder mit seiner geilen Qualität mach nico sein und du kommst in die confi und dann ich bin zu behindert und das zu schreiben wir hatten da schon so Sachen dass wir in der Aufnahme sind und dachten ja jetzt bringen wir einfach mal den Kai dazu der hat ja eigentlich eine gute Milchqualität und dann und plötzlich hatte der sein Mikro nicht drin so was so was macht der immer der der böse Böse Kai ja der ist ein ganz böser Junge ach du scheiße das brennt ja immer noch deine Videos stalken und ah also nimmt er grad nicht auf sondern farm plus ja ok ja aber der kann doch wenn der eh drauf ist kann der jetzt auch aufnehmen mit uns nee der muss ja noch ein Video von dir schauen ist ja viel wichtiger aber das macht der noch nicht nebenbei doch ach so na dann so hab ich's auf jeden Fall verstanden ja aber das scheiße ich hab mir grad vier Schaufeln gemacht und das ist mir auch gefallen auf der Höhe ist schon ein Stein jetzt lässt er die Türen hier beim Haus offen vielleicht waren die auch schon offen aber egal ich find das nicht ok diese ist zwei drei drei Bis zum nächsten Mal.